Hallo Leute, willkommen zum neuen Video und hallo und alle hier und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder ein Rollercoaster-Quiz. Allein, die nicht wissen, was ein Rollercoaster-Quiz sind, ist der Michael Klösser-Verkuss. Ich werde euch nun anhand von 4 Tipps irgendeine Achterbahn beschreiben. Und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, welcher man das dann zeigen könnte. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit mir und let's go! Ja Leute, und als erstes verraten hat es unter dem letzten Video Panik und dann kommen wir noch zu den derzeitigen Top 3 und dann kommen wir gleich zu den 4 Tipps. Ja Leute, und das sind die derzeitigen Top 3 und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu den 4 Tipps. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war's mit dem Video. Jetzt wollen wir mich noch schnell bedanken für die schon 33 Abonnenten. Ja und dann war's das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach unten. Wenn nicht, einen Daumen nach unten und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ich verpassen kann. Und dann was ist mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute. Ciao. 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 Ciao.